willkommen bei jp erklärt euch die apple welt ja heute nachmittag so um 15 uhr ist tatsächlich für mich überraschend eine neuvorstellung von apple gekommen ihr wisst ja eigentlich mache ich da keine berichte drüber aber sie haben tatsächlich neuen mac mini unter anderem vorgestellt also auch bei macbook pros aber mac mini und den will ich mal rausnehmen weil wir sicherlich wisst habe ich ja ein mac mini und zwar noch den letzten mit den intel prozessoren den m1 habe ich übersprungen weil ich den eben nicht so toll fand den habe ich euch auch mal gezeigt den hat ja mein sohn aber eigentlich sollte der mac mini war vermutet für herbst 2022 aber jetzt sind sie wohl doch noch früher gekommen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten und wir gucken sofort auf der apple seite damit noch die preise und die vergleichs mit max haben ja und es ist so wie wir uns das alle erhofft hatten der mic mac mini kommt jetzt mit dem m2 prozessor und sogar mit dem m2 pro prozessor ungewöhnlich vorab ab 699 euro der günstigste mac mini m1 kostete 799 euro das heißt apple hat tatsächlich die preise mal nach unten korrigiert ich weiß gar nicht wann ich das das letzte mal überhaupt hat ja kurz zum prozessor m2 und m2 pro wir haben beim m2 8 cores cpu 10 cores gpu wir können bis zu 24 gigabyte speicher anbinden und haben 100 gigabyte speicher band breite das ist schon recht ordentlich und denke für die meisten von euch völlig ausreichend wenn ihr aber richtig overpowered haben wollt nimmt er den m2 pro der hat bis zu 12 cores in der cpu 19 cores gpu wir können 32 gigabyte ansteuern und habt sogar 200 gigabyte speicher band breite also das sieht alles schon ganz gut aus apple hat hier jetzt noch ein bisschen weit aufgeschrieben wie jetzt hier die performance unterschiede sind im basis mac mini mit dem core i7 und dazu der m2 mit 3,5 fach schnellere performance in photoshop in dem filter falle das ist natürlich schon wirklich schön ja kompatibilität mac mini ist jetzt auch nichts neues ja ihr könnt die apps ganz normal runterladen ich kann jetzt nicht aber mit m1 hättet ihr das auch schon gekonnt also ich mache jetzt hier im kurzvideo ein bisschen vergleich m1 zu m2 beziehungsweise m2 zu dem intel so schnellere ssd platten angeblich ja das müssen dann alles im nachhinein mal testen wie weit das alles so stimmt vielseitigkeit alle systeme auf einem start das ist alles gleich alles nichts neues produktivität ist sehr gut gaming das können natürlich in der tat seiner gaming wirklich schöner wird aber gaming ja mal ganz ehrlich gaming ist ja nicht so dass der mac user im grunde macht ja audio und video produktion das sind sachen wo wir stark sind und wo man da natürlich auch sehen wird wenn man 4 oder 8 k pro rest video rendert und schneidet wird sehr viel schneller aber dazu kommen wir auch später so als wo licht ist will ich mal sagen ist auch schatten und zwar die konnektivität ja da sagen sie halt da passt einfach alles stimmt nicht also bei dem m2 haben wir ledig zwei thunderbolts ein hdmi und zwei usb a also so wie das bei dem m1 mac mini aussorten nur in der m2 konfiguration habt ihr vier thunderbolts ja und mein alter hier mit dem intel der hat auch schon vier kopfhörer anschluss haben immer noch dabei alter klinkenstecker weiß ich halt auch nicht wer das überhaupt noch so braucht aber whatever ich hatte mir gewünscht dass die thunderbolt 4 auch bei dem m2 normal drin sind kleine korrektur ich habe keine sonderbolt 4 ich habe sonderbolt 3 aber passen sie ein bisschen langsamer weil überall neues ist wlan 6 e also neuester wlan standard geht vielleicht dann auch ein bisschen schneller werden wir dann bei gegebener zeit alles mal testen so zu gehört hat ist alles nichts besonderes alles nichts neues aber jetzt wollen wir mal wirklich ein bisschen vor uns hin vergleichen also wir nehmen den neuen mini wir nehmen den mac mini m1 und wir nehmen den mit intel also farben ok ist was anderes und ihr seht schon hier auch die anderen sind alle der ist klar aber der im einsatz ist auch schon gar nicht mehr gelistet ja also ihr könnt nur noch den komplett neuen mac mini bestellen auslieferungsdatum laut apple 24 januar so was haben wir also wir haben m2 bis m2 pro ist klar hier mit dem 1 und hier haben in intel core i7 also meine ich habe den intel aber ich habe den 6 core aber den core i5 mit der 630er ja dafür habe ich jetzt schon schöne 32 giga weiter drin und na gut die mittlere platte also wir haben bis zu zwölf course beim m2 pro der m1 hat lediglich in anführlichen achte intel hat das 6er grafik course haben wir hier auch viel viel mehr er beziehungsweise diese scheiß hd graphics die habe ich ja also die könnte natürlich verbrennen sondern hier ist jetzt halt mir kommen wir da so ein bisschen zurück ja bei dem alten konnte 64 gigabyte zuweisen das war schon ordentlich also meine 32 komme ich manchmal sogar schon an die grenzen je nachdem was ich machen der m1 ging nur 16 deswegen wollte ich das eigentlich schon nicht oder habt ihr den übersprungen beim m2 könnt ihr zumindest schon mal 32 gigabyte adressieren ja festplatte bis zu 8 terabyte werden allerdings gleich gucken der da völliger blödsinn ist weil dann müsst ihr ziemlich viel kohle in der tasche ja das ist alles hier gleich geblieben hier haben wir noch eine ähnliche und dekodieren von progress ok wird halt ein bisschen schneller gehen wo hier im speicher haben wir schon besprochen speicher was ist auch halt ihr könnt viel mehr speicherplatz machen unter umständen aber auch nur bei der pro variante ja und das ist natürlich auch wieder was interessantes die alten mac minis unterstützung bis zu drei 4k displays oder ein 5k display und ein 4k display der m1er konnte lediglich ein display bis 6k und ein display bis zu 4k unterstützen wobei ich mir jetzt nicht sicher bin was die wollen weil mein sohn hat auch zwei displays dran sind nur glaube ich keine 4k oder nur eins ich weiß nicht aber zumindest hat er zwei monitor raum laufen ja ich habe jetzt hier auch zwei 4k drin ich kann nur im dritten aber das ist jetzt auch mit dem m2 ein bisschen verändert weil wir haben auch zwei displays oder drei displays hier steht dann wieder nichts von 6 und 4k ja aber hier steht moment unterstützung bis zu und ein disney also ja das haben wir zweimal 6k wahrscheinlich meinen jetzt hier zwei displays mit 6k mal weiß nicht so egal abmessung gewicht hat sich eigentlich nichts geändert nur der neue am schwersten ist oder bisher klar ja die lautsprecher klar tonne kopfhörer klinke braucht kein mensch hdmi anschluss unterstützung multichannel textausgabe datortrackbrot drahtlose technologie haben wir schon gesagt meine hat noch das alte ac ist echt ein bisschen lahm ax wäre schon besser zumal auch die ganzen neuen fritzboxen ax unterstützen und jetzt haben auch bluetooth 5.3 ob der desktop und wo ist man auch nicht ja und hier ist wieder vier thunderbolt gut drei ja aber vier thunderbolt-anschlüsse da hatten wir nur zwei sonderbolt-anschlüsse jetzt haben wir wieder nur zwei oder vier wenn wir den pro haben ja 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 ist halt so eine sache ja ich bin ja in der tat das echt mal überlegen ob ich jetzt mal upgrade aber langsam müsste ich ja tatsächlich mal upgraden wir gucken uns gerade mal die konfiguration und die preise an und dann wird für mich persönlich zumindest relativ schnell klar was ich kaufe m2 pro fängt bei 1550 euro euro ansort der ist weg das ist mir einfach zu teuer so dann haben wir den m2 in zwei unterschiedlichen grund konfiguration mit 256 gigabyte und mit 512 gigabyte ja sonst alles gleich 8 gigabyte speichern sondern haben ein aufpreis der sich gewaschen hat ja für 256 gigabyte speichern also wenn ich mich wenn ich sehen kann was ich da für eine externe ssd anschließen könnte die zum speichern der videos auch gar nicht so schnell sein muss wie der der verbaut ist ist glaube ich günstiger ich pack mir ein zwei drei terabyte einfach extern am thunderbolt-anschluss ja der durchaus recht schnell läuft was ich blöd finde aber das ist halt apple immer und vielleicht ist das auch meiner eigenen sache da geschuldet 8 gigabyte ran das ist einfach witzlos also ich finde das willst du das ist viel zu wenig wenn ich jetzt mal gucke ich weiß nicht ob ihr das seht müsstet ihr eigentlich wollen also ich habe jetzt eine speicherauslastung schon von 16 gigabyte und ich mache gar nichts ja also ich habe nur meine paar programm am laufen und jetzt hier ja im browser und ich habe so 16 gigabyte weg was will ich dann mit 8 also das ist mir viel zu wenig dass der nummer auslager das wollte ich nicht deswegen gehe ich mal davon aus ich würde den ganz normalen m2 nehmen mit der 256 gigabyte platte weil film dateien und so kommen eh auf die extra und dann packt man den arbeitsspeicher dabei für 230 euro acht gigabyte arbeitsspeicher müsst ihr euch mal überlegen aber das war ja schon immer so ich habe jetzt noch nicht geguckt aber ich gehe immer davon aus dass wieder alles verlötet ist und hier sowieso nichts auffrissen kann das war auch das schöne an dem meinem aktuellen mac weil da mich die 32 gigabyte selber eingepackt habe ich glaube ich damals 500 euro gespart ja ich halt so dann können auch 24 hoch pushen und dann ist bei dem normalen m2 so schluss speicher ist halt ähnlich ja die haben sich immer da kommen wie so 230 euro schritte das macht spaß wollte 520 haben ja 230 euro wollte er noch doppelt haben packt er noch mal da drauf und wollte noch mal verdoppeln packt er noch mal 460.000 also wenn ihr echt sagt ihr wollt man schön mit ordentlich arbeitsspeicher weil er wirklich vernünftig ihr arbeiten wollt videoschnitt und so weiter 10 gigabyte internet braucht kein mensch also ich zumindest dann sind wir auch schon bei 1600 euro und das ist mir die sache einfach nicht wert deswegen gehe ich mal davon aus werde ich den bestellen mit 16 gigabyte sondern sind wir bei 929 jetzt bedenken der alte kostete eh schon 6 799 speicherupgrade dann für 130 ist okay könnte ich mit leben ja soviel kurze kurzes kurze info zum neuen mac mini ich gehe mal davon aus dass in paar wochen mir das review dazu auch mal machen oder ein praxisbericht wie auch immer sonst wenn ihr fragen habt schreibt einfach in die kommentare ein bis dahin euer jp tschau tschüss ja 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 Vielen Dank.